20 Minuten zu gehen, Jovanovic in der Mitte, Jan Schiemack bekommt den Ball. 1-0, die Führung für Carl Zeiss Jena nach 9 Uhr. Jovanovic lässt trallen und freie Fahrt für Schiemack. Kurzer Übersteiger, Jan Schiemack, sofort hat er den in der Augen und auf den Blick. 1-0, Jena nach 9 Uhr. Dann aber Jan Schiemack gegen Stefan Nuttke, der Tscheche ganz souverän, 1-0. 200 Jena-Fans mit dabei und die hatten gleich darauf wieder was von Jan Schiemack zu bestaunen. Ein Solo übers halbe Feld und ein gezielter Abschluss. Manuel Schiemack, der schlägt einen Haken, das immer nicht mehr folgen kann. 10. Minute, 1-0. Dann aber dieser Freistoß, Jan Schiemack, der sonst Schiemack mit Gewalt statt Gefühl mitten durch eine Mauer in diesem Nacht. Schiemack oder Lindemann. Nein, natürlich Schiemack. 1-0, 31. Minute, die Rückholaktion im Sommer. Auch deshalb weit hätten jeder Saison. 10 Tore aus ruhenden Wellen. Schiemack gegen Bernhard. Und er macht genau das gleiche nochmal. Jan Schiemack, das 3-0 zu machen. Und der Tscheche ist da ganz sicher. Ganz kalt, ganz cool. Er hat seine Auffer ist mehr mit. Ramein, wunderschön auf Schiemack. Schiemack einmal, Schiemack zweimal. Das Tor, das 2-1. Eine knellende Leistung. Eine Frage der Zeit, die in der 39. Minute von Jan Schiemack beantwortet wurde. Mit schöner Einzelleistung und seinem linken Fuß besorgte der Tschecher das 1-0. In der Elftes Kicker gewesen. Und die Flanke dieser Freistoß kommt gut. Und ein Traumtor von sich. Das heißt, das würde Selbstvertrauen bedeuten, wenn sie hier diese Pokalhürde überspringen würden. Aber Altenburg macht sie nicht so einfach. Hänge. Jetzt die nächste Möglichkeit für den Sturmführer des FC Karzais. Und dies war Schiemack. Und in der Mitte, am langen Pfosten, da ist Hänge und Triff. Dreistoß für Jena, wieder Schiemack und plötzlich ist er drin. Jena führt. Ja, glaubst du denn das? Spielt und hier ist Dichino mit dem 2-0-Endstatt. Der Zickar Zais brot nach der vierdurchsigen Zwangspause ein engagiertes Spiel. Dichino, Schiemack. Dichino, Eckart, Schmidt, Schiemack, Schiemack, Eckart, Tor! Ich bin nun gedacht, wir müssen bei uns doch den Abstieg gehen. Schieb, Dichino, startet schön. Der steht völlig frei von Surski. Das Tor ist leer und dann trifft es. Jetzt wieder rund. Elf auf. Das Spiel wieder durch und wird auch in der Relegation, wenn es bei diesem Ergebnis bleibt, dabei sein. Dreistoß und überraschen. Das Spiel wieder! Vielen Dank.